Ihr raucht Hüten und Brands, jo, ich üb mit der Gang, denn ich fahr die Gangsterschiene so wie Züge in Kampen, ich schieß dich an mit automatischen Schusswaffen und dann trafst automatisch nen Putzrappen, nur um zu zeigen was für ein Spasti du bist, schlack ich disinteressiert ein auf dein Spasti Gesicht und zermatscht dein Kopf mit dem Kalaschnikoff